Hallo und Willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Was das hier genau gebracht haben soll? Keine Ahnung. Aber gehen wir mal rauf. Hey. Gut. Na hier. Oh. So. Okay. Au. Keine Ahnung. Wow. Mach mal. Ja, super. Super, super, super. Moment, wo sind wir hier? Ah. Ich bin mir nicht sicher, wo wir sind. Aber, ah. Und doch. Kann gut möglich sein. Ja. So. Gut. Ah. Au. Perfekt. Oh. Au. Okay, Donald. Esprit gelernt. Esprit. Also gut. Hm. Abilities. Sucher kann Berserker. Steigert in aussichtslosen Situationen, wie unter anderem die physikalischen Angriffssprung hat. Uh. Alles rüsten. Und jetzt. Donald. Esprit. Okay. MP-Heilung bei Schadens erleiden. Schadensgroße bestimmt Heilungsvermögen. Bedeutet, Donald kriegt Schaden und der kriegt MP dafür? Find ich MP? Oh. Berserker. Okay. Ablegen. Ich finde das ein bisschen besser für Donald. Oh. Der Typ da. Ja. Donald hat Schaden gekriegt und hat es gerade heilen. Tank holen. Und hab. Nein. Nicht da. Da. Warte. Immer wieder diese Löcher. So. Gut. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht machen. genau gerade verbreiten. Los, geht's! Okay. Uh, Gott sei Dank. Oh! Ah, verdammt. Okay, jetzt haben wir ihn Gut Au Gut, 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 gut Gut, 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 gut Gut, da ich alles aufgesammelt habe Kann es weiter gehen Ah, genau auf diese Seite hier Wow Okay, was wollen sie? Eigentlich eine dämliche Frage, denn das wissen wir ja Aber man muss sie gestellt werden Oh 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 gut gut, hier schnell aufsammeln und rüber und weiter geht also der typ ist schon beim besten nervig ist ein koloss Gott sei dank wir haben es irgendwie doch noch geschafft einmal hier einmal geschafft elixier und auch schon einen kleinen oh bleib da bleib da fuck der lieb oh okay so gehts auch gut oh dann legt er hier rauf und sprung mit viel erz gut hier haben wir sonst alles gut gut und ja also schauen wir uns mal an was es auf dieser seite gibt au wow hei 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 ganz gut da muss ich das doch klappen die dürfen mich nicht berufen oh oh super verdammt ist es als wir in diesen raum gekommen oh die nächstens da ich komm schon ich komm schon gut so gehts auch ah natürlich gut weiterspielen ah irgendwie einzuschwirren irgendetwas falsch ausgewählt oder was ist der hier ja 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 wir können gerne hier rein Okay, gut! Hup! 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 Stirb! Keine Leine! Super! So, Goofy hat maximal Hup! Au! Du bist ja brutal! Komm! Okay, gut, gut! Also... Oh, geschafft! Erstaunlich, aber es wurde geschafft! So, können wir endlich eröffnen! Eine Hütte! Okay, und weiter geht's! Schatzkammer! Uh! Uh! Leider sind das keine Taler, wie es scheint! So, was haben wir hier drin? Schutzängel? Äh, kurzer Moment bitte! Gut, da, diese Hustenpausen! Öffnen! Mit riesen Erz! Okay! Uh! 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 Ah, gut! Schutzgummi! Okay! Okay! Und hier brauchen wir wieder die Hilfe von... BAM! 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 Mit viel Herz! Yeah! Ja! Okay! Speichern! Sehr gut! Gruppe Gufi durch Aladin! Gut! Oh! Oh! Kann ich dir eh übersehen! Hey! Achso! Dafür ist das gedacht! Okay! Oh! Oh! Klamotinenwelten! Gut! Ich würde sagen... Speichern nach Bier! Nehmen die Gruppe Aladin gegen Gufi! Fühle der Lächter! Schon wieder dieser Junge! Er ist doch zäher als ich dachte! Warum erklären wir diesem Riku nicht die Situation? Das wäre bestimmt sehr nützlich für... Moment mal! Du bist Malefiz? Jafar! Gib sofort Jasmin frei! Auf keinen Fall! Sie ist eine Prinzessin! Eine der sieben, die den Schlüssel zum Öffnen der Tür besitzen! Zum Öffnen? Aber ihr Narren werdet nie erleben, was dahinter liegt! Genie! Mein zweiter Wunsch! Vernichte sie! Genie! Nicht! Tut mir leid, Al! Wer die Lampe hat, der bestimmt! Ich hab keine Wahl! Wir sind soja, Ein kleines Meter! Man kann der Rλ välern! Aber du bist die Maser weiter großartig! Ich werde gar nicht glauben! Ein kleines Malкраffen M Aviation! Maser ist er Så alt! Okay, wo ist Jafar? Na, der kleine Prozess da oben. Auf! Ja, das könnte hier nertz. Das ist der Donald. Verdammt! Ah, der Händel! Komm, 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 komm! So. Was? Was? Au! Das tut weh! Aber nicht halb so viel weh, wie ich dir weh tue. Das tut weh! So. Okay, gut. Was haben wir hier? Tut mir wirklich leid! Flieht! Dir muss nichts leid tun, Ginny. Wem es leid tun sollte, ist Jafar. Ups! Komm, 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 komm! Au! Das tut weh! Das tut mir wirklich leid! Flieht! Das tut mir leid! Und... Nein! Verdammt! Dabei scheint der doch so leicht zu sein bis jetzt. Waladim muss helfen, ja klar. Wir müssen Gruppe Waladim Goofy bestätigen. Einmal hier, bitte. Oh, hä! Puh! Erstaunend, wie konnte das nun passieren? Ja, wir haben einen Schutzengel. Wie kann das sein? Ne, Spaß beiseite. Was wir das noch mal machen müssen, ist zwar beschissen, aber man kann damit liefen. Und Schutz. Ich weiss, es ist falsch, ich sollte eigentlich nicht lachen, aber der Name ist so unpassend. gut. Ich denke da an etwas anderes, als es denn anscheinend machen würde. Gut. Schon wieder dieser Junge. Er ist doch zäher, als ich dachte. Warum erklären wir diesem Riku nicht die Situation? Das wäre bestimmt sehr nützlich für... Moment mal, du bist Malefetz? Und vergisst sie. Jaffa, gib sofort Jasmin frei. Auf keinen Fall. Sie ist eine Prinzessin. Eine der sieben, die den Schlüssel zum Öffnen der Tür besitzen. Zum Öffnen? Aber ihr Narren werdet nie erleben, was dahinter liegt. Genie! Mein zweiter Wunsch! Vernichte sie! Genie! Nicht! Tut mir leid, Al. Wer die Lampe hat, der bestimmt. Ich hab keine Wahl. Äh, Arma Genie. Ich hab nur noch coloniales Sein-Sein ver comentiert. Oh! Eigentlich entspricht der Verzeihung? Wo soll ich meinen Stodwars? Wie soll ich meinen Stodwars-Fan einげißen? Aber er ist in einer Ange-Kriff-Kriff-Kriff-Kriff-Kriff-Kriff-Kriff-Kriff-Kriff-Kriff-Kriff. So, jetzt müssen wir nur noch überleben. Okay, warte, ah, hat er da, hat er da, hat er da fiesling. Okay, aber er hat hier eine andere Taktik als vorher. Ja, keine Angst, Jenny. Schnell, schnell, aus dem Weg! Wo ist Jaffa jetzt? Schnell, schnell, aus dem Weg! Wo ist dieser Verpickter? Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Okay, da ist er, da ist er. Dieser kleine Pester. Und Angriff! Kleider! Schmrichtige Gag. Hoffentlich treffe ich nicht einen. Okay, ok, ganz gut. Süss! adjustment, spricht! Schnell, schnell, aus dem Weg! Glück daneben. Schnell, schnell, aus dem Weg! Au. Aber was mehr weh tut, ist mein Schwert wie in deiner Fresse. Das ist ein kleiner Pisser. Daneben. Mhm. Also, Donald, du weißt, was du zu tun hast. Ja. Dann. Und ta. Ah. Dammta. Ja! Ja, ja, ja! Der kleine Pesser. Die Kraft der Kälte ist zu Eisra weiterentwickelt. Okay. Was bedeutet das? Eisra. Was ist hier sonst nichts mehr zu machen? Nur noch den Schlüssel. Ah, Jasmin. Genie, mein letzter Wunsch. Mach mich zum Allermächtigsten aller Genies. Ich glaube, es ist nur ohnmächtig. Wir müssen zuerst Jafar fassen. Aber hier ist das Schlüssel. Wenn es sein muss. Wollte gerade sagen, wir kommen aber nicht weiter. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal Leute. Ciao.